Musk verspricht Starship-Start in drei Wochen, neue Gasraffinerie für Starship-Start direkt an der Starbase genehmigt, Europa hat nun offiziell zwei Starteranbieter mit Orbitalraketen, US-Kongress will NASA-Budget nicht kürzen, Geo-Elefantenhochzeit SAS hat Intelsat übernommen, Axiom 4 kehrt sicher zur Erde zurück, Senkrechtstarter trifft erste deutsche Astronautin Rabea Rogge, Europa greift nach dem Hyperschall und China erreicht seine Raumstation in Rekordzeit. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem Space-Update auf Deutsch. Ja und wenn du weitere spannende Einblicke in die Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonnieren nicht vergessen, schön, dass du da bist. Der SpaceX-Chef hat diese Woche VRX bestätigt, der zehnte vollintegrierte Starship-Testflug soll in etwa drei Wochen erfolgen, noch vor Ende des Sommers. Damit würde SpaceX in diesem Jahr bereits den vierten vollintegrierten Flugtest seiner Starship-Rakete absolvieren. Allerdings gelten die Zeitprognosen von Elon Musk gemeinhin als sehr optimistisch, aber Ende August, September können wir uns, glaube ich, schon mal im Kalender markieren. Was denkt denn ihr, wann sehen wir den nächsten Starship-Start? Schreibt mir und den anderen gerne unter dem Video. Ja, deutliche Pause in der Flugerprobung. Der letzte Flugtest, der war ja mit Flug 9 am 27. Mai. Die Zwangspause war einem gescheiterten Vortest zu Flug 10 geschuldet. Starship S36 explodierte ziemlich genau vor einem Monat am 18. Juni auf dem Prüfstand in Messis, vermutlich wegen eines defekten Stickstofftanks im Nasenbereich. Die Starship-Flugtests, die treten 2025 mit drei vorzeitig verlorengegangenen Oberstufen auf der Stelle. Die Oberstufen der Flüge 7, 8 und 9, die gingen im Januar, März und Mai verloren, jeweils deutlich vor der eigentlich bereits gemeisterten Wasserlandung. Die ersten Stufen, die schnitten besser ab. Der Super Heavy Booster, der wurde jeweils bei Flug 7 und 8 erfolgreich von der Starbase oder von den Starbase Chopsticks eingefangen. Flug 9 setzte erstmals auf die Wiederverwendung eines bereits geflogenen Boosters. Die geplante Wasserlandung, die scheiterte aber beim Landeversuch über dem Golf von Mexiko, als ein aggressiveres Landeprofil getestet werden sollte. Langfristig wird SpaceX beide Stufen regelmäßig per Turm nach dem Flug fangen, um die vollständige Wiederverwendung zu perfektionieren. Um die Flughardware für den zehnten Flug vorab feurig zu testen, da braucht es einen neuen Prüfstand. Die Testinfrastruktur in der Masseys Testanlage, die wurde ja bei der Explosion von Chip 36 stark beschädigt. In der Starbase, da wurde gerade der Hotfire Adapter auf den Starttisch gehoben. Der Adapter, der dient als temporäres Testgestell für Starship-Oberstufen. Mit dem Adapter sollen auf dem eigentlich für den Start und die Tests von Super-Heavy-Boostern vorgesehenen Starttisch auch Oberstufen vorig getestet werden. Aktuell wird ja Chip 37 als die Oberstufe für den zehnten vollintegrierten Flugtest gehandelt. Ja, um die Oberstufe für den Test mit Treibstoff zu versorgen, da kann nicht die Quick-Disconnect-Verbindung für Booster verwendet werden. Da verbaut man aktuell vermutlich temporäre Versorgungsleitungen. Aktuell brodelt die Tankfarm in der Starbase, vermutlich in Vorbereitung für die statische Feuertestkampagne von Chip 37. Dementsprechend können gerade LKW-Lieferungen von Sauerstoff beobachtet werden. Ein Bild, das mittelfristig der Vergangenheit angehören wird. Cameron County hat SpaceX grünes Licht für den Bau einer Luftzerlegungsanlage in der Starbase in Texas gegeben. Die neue Gasraffinerie, die wird auf der anderen Straßenseite auf Höhe der Tankfarm entstehen. Hier soll direkt vor Ort aus der Umgebung so flüssiger Stickstoff und flüssiger Sauerstoff erzeugt werden. Beides essentielle Komponenten für den Starship-Betrieb. Der Sauerstoff, der macht das mit Abstand größte Gewicht bei einem Starship-Start aus, also sinnvoll, das vor Ort herstellen zu können. Bislang muss man diese Flüssiggase plus das Methan mit über 200 LKW pro Start aus dem 40 Kilometer entfernten Brownsville heranfahren. Mit der lokalen Produktion von Stickstoff und Sauerstoff will SpaceX den Logistikaufwand verringern, die Startfrequenzen erhöhen und gleichzeitig die Straße Highway 4 entlasten. Parallel sorgt ein weiteres Detail für Interesse. Durch die Fenster der Star Factory ist ein Hot-Staging-Ring der nächsten, also der dritten Super-Heavy-Generation zu erkennen. Das zentrale Verbindungselement für die Zündung der Starship-Oberstufen noch an dem Booster dran. Ja, diese Komponente, die könnte bereits für den übernächsten Testflug mit der nächsten Booster-Generation vorgesehen sein. Für mich sieht es danach aus, als ob es das Gestell aus dem letzten Starship-Update von Elon Musk ist. Apropos Star Factory, vielen Dank an NASA Spaceflight für diese Kamerafahrt an der Starbase entlang, die ja die Produktionsstraße der Oberstufen zeigt. Gut zu erkennen hier die Raketenspitzen von Chip 39 bis 43. Langfristig sollen ja täglich fertige Oberstufen die Starship-Produktionsanlage verlassen. Gar nicht so lange her, dass hier Starship-Prototypen in offenen Zelten per Hand zusammengebraten wurden. Apropos Raketenbauern, gerade mal ein Jahr nach der Gründung haben die Jungs und Mädels von Spaceflight Rocketry Gießen e.V. ihre erste Rakete gestartet und sind jetzt schon an der nächsten, noch größeren dran. Die meisten von ihnen studieren übrigens in Gießen Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung im Bachelor. Du willst später mal mit der Raumfahrt was machen, aber suchst noch den passenden Studiengang, dann ist vielleicht Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung dein Studiengang. Angeboten wird er von der Justus-Liebig-Universität Gießen zusammen mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. Hier bekommst du dann handfeste Physik kombiniert mit Elektrotechnik und Raumfahrttechnologie. Das Coole, durch die Kooperation der beiden Hochschulen bekommst du das Beste aus beiden Welten, Uni und Fachhochschule, also tiefergehende Theorie und praxisorientierte Lehre. Dazu kommt, du kannst dein Studium super flexibel gestalten. Je nachdem was dich mehr interessiert, wählst du mehr Physik oder mehr Elektrotechnik oder Maschinenbau. Ganz ohne Vorpraktikum übrigens. Du kannst also direkt senkrecht durchstarten, sogar mit Fachhochschulreife. Denn in Hessen ist ein Uniabschluss auch mit Fachhochschulreife möglich. Ja, diese Kombination aus Physik und konkreter Raumfahrtanwendung, die findest du so nirgendwo sonst. Und das Forschungsbild, das ist top. In Gießen wird zum Beispiel an luftatmenden Ionentriebwerken und Raumfahrtelektrotechnik geforscht. Superspannend für alle, die in die Richtung wollen. Wenn du also Bock auf Raumfahrt hast und ein flexibles, praxisnahes Physikstudium suchst, schau dir den Studiengang unbedingt mal an. Link ist unter dem Video. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche. Am Mittwoch, 16. Juli, da startete SpaceX um 4.05 Uhr MESZ von Vandenberg mit einer Ladung Starlink-Satelliten. Ebenfalls am 16. Juli, aber um 8.30 Uhr MESZ, da brachte eine Falcon 9 vom SEC-40 in Cape Canaveral 24 Kuiper-Satelliten für Amazons Internetkonstellation ins All. Der nagelneue Booster 1096, der landete sicher auf A Shortfall of Gravitas. China startete am Montag, 14. Juli um 23.34 Uhr MESZ von Wang Cheng das Versorgungsschiff Tianzu-9 zur chinesischen Raumstation. Das Raumschiff Tianzu-9, das dockte nur 3 Stunden und 18 Minuten nach dem Start an der Tiangong-Raumstation an. Das ist mit nur zwei Erdnumläufen ein sehr schnelles Rendezvous und Rekord für die chinesische Raumfahrt. Das bisher schnellste ISS-Docking, das gelang Progress MS-12, die ebenfalls nur 3 Stunden und 18 Minuten benötigte. Zurück zu Tianzu-9. Mit knapp 7,2 Tonnen ist es die bislang schwerste Ladung einer Tianzu-Mission. Neben Treibstoff für Bahnkorrekturen der Station und Verbrauchsmaterialien für die aktuelle Shenzu 20 und kommende Shenzu 21Q befanden sich rund 700 Kilogramm an wissenschaftlichen Experimenten und Geräten an Bord. Mein persönliches Highlight, zwei neue Faitian EVA-Anzüge, deutlich robuster als ihre Vorgänger. Sie erlauben 20 Außenbordeinsätze über vier Jahre hinweg statt bisher 15 Einsätze in drei Jahren. Ja und den Wochenabschluss, den macht dann eine weitere Starlink-Ladung am Samstag, 19. Juli von Vandenberg. Ja, wieder kein europäischer Raketenstart, aber News von europäischen Raketen. Europa hat nun offiziell zwei Startanbieter mit Orbital-Raketen. Am 10. Juli wurde in Paris eine Raumfahrtehe geschieden. Mit der Unterzeichnung der Launcher Exploration Declaration übernimmt das italienische Unternehmen Avio offiziell die operative Verantwortung für alle Starts der Vega-Raketenfamilie. Was bislang in den Händen von Ariane Space lag, wird künftig von den Vega-Entwicklern selbst gemanagt. Italiens Raumfahrtagentur ASI feierte den Moment als Meilenstein. Zum ersten Mal hat Italien einen eigenen Launch-Service-Provider mit voller Verantwortung für Produktion, Management und Betrieb seiner Raketen. Der Wandel kommt keineswegs aus dem Nichts. Er ist das Ergebnis jahrzehntelanger Investitionen, technologischer Expertise und politischer Beharrlichkeit in Italien. Aber ist der Vega-Booster nicht auch an der Ariane 6 verbaut? Ja, wenn man sich die geplante weitere Evolution der Ariane anschaut, dann fällt auf, dass Feststoffantriebe in den Planungen für die Ariane Next mit Wiederverwendung nicht mehr vorkommen. Die Trennung von Vermarktung und Betrieb von Ariane und Vega ist daher vermutlich nur konsequent. Wobei die Ariane Group als Hauptauftragnehmer der französischen Atomraketen natürlich weiterhin im Feststoffgame bleibt. Von wegen politischer Beharrlichkeit, totgesagt leben ja bekanntlich länger. Der NASA-Kahlschlag, der könnte noch abgewandt werden. Der US-Kongress, der stellt sich demonstrativ gegen die von der Trump-Regierung vorgeschlagene massive Kürzung im NASA-Budget. Während das Weiße Haus eine Reduzierung um fast 25 Prozent auf 18,8 Milliarden Dollar forderte, haben sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat Haushaltsentwürfe mit knapp 25 Milliarden Dollar verabschiedet. Das entspricht grob dem Vorjahresniveau. Besonders deutlich wird der Widerstand im Bereich der Wissenschaft. Der Senat will 7,3 Milliarden Dollar für wissenschaftliche Programme bereitstellen. Mehr als doppelt so viel wie das Weiße Haus. Auch das Aus für das Artemis-Kernsystem oder die Artemis-Rakete SLS und Orion scheint vom Tisch. Beide Kammern, Senat und Repräsentantenhaus, die wollen die Programme langfristig sichern. Dennoch wächst der Druck. NASA-Teams, die wurden bereits aufgefordert, Abschaltpläne für dutzende Missionen zu erstellen. Der luxemburgische Satellitenbetreiber SAS hat die milliardenschwere Übernahme von Intesat abgeschlossen. Nach der Einigung im April 2024 und behördlichen Genehmigungen durch Großbritannien, die EU und die Federal Communications Commission, FCC in den USA, da wurde die Transaktion jetzt am 17. Juli offiziell vollzogen. Damit entsteht einer der größten Satellitenbetreiber der Welt mit einer kombinierten Flotte aus rund 90 Geo- und 30 Meo-Satelliten sowie zusätzlichen Leo-Zugang über Partner wie OneWeb. SAS will sich durch die Fusion strategisch im Regierungs- und Luftfahrt- und Medienmarkt positionieren. Parallel sollen Schulden abgebaut und Investitionen reduziert werden. Den niedrigen Erdorbit Leo dominiert aber natürlich klar jemand anders. Ein Starlink-Update von SpaceX wird fast wie zeitlich geplant zur SAS-Übernahme von Intesat. Laut SpaceX stellt Starlink derzeit wöchentlich über 5000 Gigabit pro Sekunde an Kapazität bereit, wodurch Starlink laut eigener Angabe mehr Kapazität bereitstellt als die Gesamtkapazität aller aktuellen Geo- und Leo-Konstellationen, die heute in Betrieb sind. Mit knapp 8000 Satelliten und über 6 Millionen aktiven Nutzern weltweit hat SpaceX seinen Satelliten-Internet-Service massiv aufgerüstet. Im letzten Jahr wurden über 2300 neue Satelliten gestartet. Und ein Hinweis auf das Starship ab 2026 folgt laut SpaceX die dritte Generation, die ja nur mit dem Starship gestartet werden kann. Jeder neue Satellit soll dann über 1 Terabit pro Sekunde Downlink das Zehnfache der aktuellen Satelliten liefern. Nach der erfolgreichen Blue-Ghost-Mond-Landung beantragte das texanische Raumfahrtunternehmen Firefly offiziell seinen Börsengang. Unter dem Ticker Fly, F-L-Y, will Firefly Aerospace bis zu 100 Millionen US-Dollar an der Nasdaq einsammeln. Die Einnahmen sollen primär zur Tilgung eines hochverzinsen Kredits und zur Weiterentwicklung der eigenen Technologieplattform genutzt werden. Trotz eines Jahresverlusts von über 230 Millionen Dollar wuchs Fireflies Auftragsbestand auf rund 1,1 Milliarden. Nach zweieinhalb Wochen auf der internationalen Raumstation ist die vierte private Mission von XM Space erfolgreich zu Ende gegangen. Die Crew Dragon Grace, die hatte am Montag, 14. Juli, von der ISS abgedockt und landete am Dienstagmorgen, den 15. Juli, planmäßig im Pazifik. Bei akzeptablen Wetterbedingungen. Die ursprünglich auf zwei Wochen angelegte Mission, die wurde um vier Tage verlängert, um Experimente und Outreach-Veranstaltungen abzuschließen. Inhaltlich konzentrierte sich die Crew auf mikrobiologische und physiologische Studien. Von Cyanobakterien, deren biochemische Aktivität in der Schwerlosigkeit analysiert wurde, bis zu Mikroalgen, die als potenzielle Nahrungsquellen im All getestet wurden. Ergänzt wurde das wissenschaftliche Programm durch Experimente zur raumflugbedingten Veränderung der Augenbewegung, Koordination, räumlichen Wahrnehmung und zur Hirndurchblutung in Schwerlosigkeit. Kulinarisches Highlight auf der Mission. ESA-Projekt-Astronaut Slavosz Usnazki-Wiesniewski sorgte für die ersten Pierogi im All. Die erste deutsche Frau im All ist Rabea Rogge. Ich habe sie diese Woche in Berlin besucht und wir haben ausgiebig über ihren Aufenthalt im All und ihr Training bei SpaceX gesprochen. Freut euch auf ein unfassbar cooles Interview. Die Schutzengel, die bekommen das Interview natürlich wie immer vorab und in der ungekürzten Fassung. Ja und dass ich solche Außeneinsätze und Interviews durchführen kann, das verdanken wir den Senkrechtstarter Schutzengeln. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Rückhalt. Auch du willst mithelfen, Raumfahrtbegeisterung im deutschsprachigen Raum zu verbreiten? Unter dem Video Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle Videos früher und ganz ohne Werbung. Europa greift nach dem Hüberschall. Die ESA unterstützt über Großbritannien ein neuartiges Raumflugzeug, das mit Wasserstoffantrieb Geschwindigkeiten bis Mach 5 erreichen soll und perspektivisch auch Raumflüge mit horizontalen Starts und Landungen ermöglichen könnte. Invictus heißt das ESA-Programm, bei dem ein Versuchsflugzeug in Originalgröße entstehen soll. Der erste Meilenstein in nur zwölf Monaten soll ein vollständiger Systementwurf stehen. Das Gefährt soll horizontal wie ein normales Flugzeug starten und dann mit einem vorgekühlten, luftatmenden Triebwerk den Übergang zum Hüberschallflug schaffen. Das Konzept, das baut auf der früheren Sabre-Studie der ESA auf, bei der man bereits Kühltechnologien für luftatmende Hüberschalltriebwerke entwickelt hat. Das Konzept kommt euch vielleicht bekannt vor und vielleicht klingelt es ja bei dem ein oder anderen bei Spaceplane Skylon. Der britische Triebwerksbauer Reaction Engines, der hatte bereits einen Vorkühler für Bedingungen bis Mach 5 qualifiziert. Die Firma, die gibt es wegen mangelnder Investoren zwar seit Ende 2024 nicht mehr, aber die Technologie soll in Großbritannien offenbar mit Hilfe der ESA weiterentwickelt werden. Falls du jetzt denkst, Single Stage to Orbit ist doch Quatsch, weil die Nutzer dann viel kleiner ist als bei mehrstufigen Raketen, stimmt grundsätzlich. Aber da der Großteil des Raketengewichts aus Sauerstoff besteht, kann man durch ein luftatmendes Triebwerk bis Mach 5 und in großer Höhe theoretisch ordentlich Gewicht sparen. Ja und unabhängig von der Raumfahrttauglichkeit ist das Thema Hyberschallflugkörper natürlich ebenso militärisch extrem interessant. Apropos UK, die britische Regierung investiert über 87 Millionen Euro in ihre erste Mission zur aktiven Beseitigung von Weltraumschrott. Bis Ende 2028 sollen zwei ausgediente britische Satelliten gezielt eingefangen und zum Verglühen in der Erdatmosphäre gebracht werden. Das Projekt, das markiert eine strategische Kehrtwende, statt klassischer Fördergelder vergibt die UK Space Agency einen einzigen Großauftrag per Ausschreibung. Ziel ist das Anregen privater Investitionen und die Schaffung von Hightech-Arbeitsplätzen. Früher ihre Studien, die wurden von Clear Space und Astroscale durchgeführt und sind damit heiße Kandidaten auf einen Zuschlag. Lassen wir uns auch schnell auf die Starts der kommenden Woche schauen. Am Montag, 21. Juli, da startet eine Falcon 9 vom SEC 40 in Cape Canaveral. Die Mission, die bringt zwei weitere Satelliten für das O3B-M-Power-Netzwerk ins All, um globales Breitband-Internet zu ermöglichen. Am Dienstag, 22. Juli, da startet von Vandenberg eine Falcon 9 mit zwei NASA-Wissenschaftsatelliten. Die sollen die Magnetosphäre untersuchen. Am Donnerstag, 24. Juli, da folgt der nächste Starling-Start von Cape Canaveral. Am Freitag, 25. Juli, da startet eine Soyuz 2.1b vom Kosmodrom Vastorchny mit zwei russischen Forschungssatelliten zur Beobachtung der Ionosphäre. Am Samstag, 26. Juli, da startet von Kourou eine Vega-C mit französischen Satelliten zur CO2-Überwachung und Kartierung der Erdoberfläche. Ebenfalls am Samstag, da startet von Vandenberg eine weitere Ladung Starlings. Hier noch einmal ein Shoutout für den Studiengang Physik und Technologie für Raumfahrtanwendung an der Justus-Liebeck-Universität Gießen. Infos findest du unter dem Video. Ja, ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, Like nicht vergessen. Falls du noch keins abgeschlossen hast, guter Zeitpunkt für ein Abo. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön seltsam bleiben. Dein Mau.